Der liebe Stefan war es, der uns diese unfassbar teure und exklusive Super-Bad Spencer und Terence Hillbox geschenkt hat. Ey Stefan, was ist das bitte? Söhne des Windes? Ja, also wir haben scheinbar verpasst, dass Bud Spencer mal in das seriöse Filmgeschäft eingestiegen ist. Ein Film von Jose. Ja, er guckt doch ganz nachdenklich hier vorne drauf auf dem Cover. Also, er hat ja im Grunde so viel Fett im Gesicht, dass er eigentlich nur nachdenklich gucken kann, weil die Augen zu sind. Ja, ohne Schade. Aber, ne ganz ehrlich, ich bin überrascht, kannte ich nicht vorher und die ganzen Klassiker sind auch dabei. Überrascht ist das schlechteste Attribut, was du jetzt nehmen kannst, ey. Wieso? Ich bin begeistert. Ich bin auch richtig begeistert. Ich bin überrascht, dass dieses Wertgeschenk von so einem geringen Wert ist, tatsächlich. Okay. Was maßt er sich an? Schick uns mehr nächstes Mal, du verdammter... Schick uns deine Tiere... Darüber mach ich keine Witze. Der hat sich wahrscheinlich das letzte Hemd verkauft. Ey, ich fand nur dein Wort schlecht gewählt. Achso, gut. Ich find's hammer. Ey, Stefan, danke, ganz ernst, ohne irgendwelche Spaß-Action, die ich gerne mach. Ganz ernster Talk. Vielen Dank. Weiter geht's. Yay. Ähm, wir verfüttern... Wir sind uns selber im Klaren, dass er wahrscheinlich einfach nur alles versäuft, was man ihm gibt, aber wir haben ein Herzversäufer. Und deswegen kriegt das Ranga noch ein letztes Bier von mir. Ja. Willst du noch ein Bier? Der Herold, ey, man versteht nichts anders, ne? Ja, es ist so nervig. Kann man den nicht umhauen? Du bist noch mal Pär. Du bist noch mal Pär. Du bist, du bist... Weißt du, man trifft nicht. Okay. Der erzählt wirklich nicht mehr. Ich bin spät, dass wir um 10 Uhr nicht mehr gerade gehen können. Das hab ich vergessen gerade. So, wir rennen mal hoch zum Herold. Quatschen den auch mal kurz voll. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Alles klar. Dann spiel mal eine andere Kassette ab, ey. Seit 100 Jahren erzählt er das Gleiche. Der ist schlimmer als der verrückte Landstreicher Prediger am anderen Platz. So. Ähm. Okay, ich schreibe gerade jemand, das finde ich sehr witzig ist. Der Bukkake-Storm. Der Bukkake-Storm. Das finde ich sehr schön. Was mit Bartokken? Ah, den haben wir wahrscheinlich auch noch nicht alles gefragt. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Bartok hat uns mal geholfen beim Wölfe jagen. Nur zur Erklärung. Wo ist dein Freund Troka jetzt? Wo ist dein Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Hast du nicht nach ihm besucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihnen ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. So, gleich haben wir's. So, nochmal hier kurz. Alles klar? Ja, aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht in nächster Zeit. Erschreckt mit dem Ork steckt mir immer noch in den Knochen. So, das war's. Gehst du nochmal unsere Motte, wie wir das spielen eigentlich? Wir haben ja dann letzten Endes keinen Texturen-Pack installiert und auch keinen Vegetations-Pack. Da gibt's nämlich verschiedene. Sondern wir haben ausschließlich die Dalt X11-Mod installiert, die halt ein paar Effekte hinzufügt und die Sichtweite erhöht. Ähm... Ne, Hiveres haben wir nicht draufgepackt. Die hat mir zu sehr den Originallook verfälscht. Genau. Ähm... Was suchst du hier? Geh raus da, ganz schnell! Achso, shit. Ja, ganz schnell, ne? Ein richtiger asozialer Angeben. Dann lass mich doch raus. Ah! Und jetzt raus mit dir! Was hat er getan? Jetzt lassen sie besser ihre Faxen, sonst reiß ich ihnen den Kopf ab und scheiß ihnen in den Hals! Alter Schwede, was ist da passiert? Was zur Hölle? Und die Waffe hat er auch genommen, oder was? Hat er jetzt alles weggenommen? Sofort Bestrafung! Ja, und nu? Da musst du dich ein bisschen bewegen. Wie die da beiden stehen, du? Das ist ein geiles Bild! Ja, jetzt will ich da raus! Gleich hauen sie mich wieder! Was ist das für mieses Mobbing? Was ist das für eine mieses Scheiße? Ja, raus mit dir! Warte mal, wir haben jetzt keine LP mehr. Äh, äh, HP. Und ähm, zugleich haben wir, glaube ich, keine Waffe mehr. Gold ist weg! Doch, da ist unsere Waffe, der riecht stark! Aber das Gold ist weg! Ich weiß nicht, wie viel Gold hatten wir noch? Okay, das müssen wir laden, ja. Leute, das müssen wir laden! Ist nicht schlimm, wir haben nichts verpasst! Ne? Ich find's absolut schrecklich, wie diese Menschen in Korinus mit uns umgehen! Das war ja richtig, wie sie stellen einfach die scheiß Tür zu und sagen, du darfst hier nicht sein! Ne? Also taue ich jetzt gleich direkt nochmal die drei Bier hier, ihr Schweine! So, ist jetzt noch kein Bukake-Storm! Perfekt! Das ist die Ruhe vor dem Bukake-Storm! Die Ruhe vor dem Bukake-Storm! Alter ey! Gut, also hier gibt's offenbar nichts zu tun! Ich weiß nicht, wer hier irgendwie... Ich hab da so eine Quest in Erinnerung gehabt, dass hier irgendwer irgendwas versäuft! Aber dann vielleicht auch nicht! Wir gehen mal weiter! So, was macht ihr in den Chat hier? Ich guck mal ein bisschen hier! Hafen, ja Hafen kommt! Ja, wir gehen jetzt in den Hafen! Genau! Geht zur Kaserne für das... Geht zur Kaserne für das Goldteller! Okay, machen wir! Wie im echten Leben! Regie, Scherzchen! Regie macht irgendwas Schönes! Krieg ich nicht mit! Okay! Coole Typen auf jeden Fall! Was spielt ihr mit Bros nach Gothic? Alter, wenn wir Gothic zu Ende sind, haben... Wenn wir Gothic zu Ende sind, ja? Dann sind wir beide in Rente! Wir in Rente! Und dann kommt noch Gothic 3! Ja, das nehm ich mir ins Grab, glaub ich! Aber wenn wir Gothic 3 spielen, spielen wir die Day-1-Version! Ohne die 5000 Patches, die danach kommen! So! Das ist nämlich das wahre Leben! Das ist Unterhaltung! Ich sag's hier! So bin ich groß geworden! Hab ich mir gekauft von Amazon! Vorbesteller bin ich gewesen! So gut soll das Spiel werden, haben sie gesagt! Ja, haben sie gesagt! Hab ich mir installiert! Toll! Hab ich mich gefreut! Hat Spaß gemacht! Was für eine miese Scheiße ihr da verbockt habt! Das ist unglaublich! Kommt ihr mal her zu uns! Diese Scheiße wird ewig nachhalten und euer Grab noch nachträglich besudeln! Du kennst doch diese Leute da! Außer Elex wird geil! Wir sollten kurz nen Goldteller zurückgeben, ne? In der Kaserne! Wem sein Goldteller war das denn? Andres? Doch! Damals gab's Amazon! Hab ich da her! Wegen der Liebesgilde! Wie ist die Lage in der Stadt? Ich hab grad verstanden! Ich will einen Verbrecher kastrieren! Okay! Wo ist Cardiff? Cardiff? Der hat den Goldteller oder was? Der hat was für uns mit spezieller Arbeit! Wulfgar, Stadtwache... In der Kaserne sollte doch der Goldteller abgegeben werden, oder nicht? Wo liegt denn der Vorteil eigentlich, Micha? Du willst ja immer Einhand Waffen, ne? Naja, Zweihand, mehr Pfuffe hinter so... Mehr Pfuffe? Pfuffe! Geil! Vollpfuffe und ähm... Größere Reichweite, aber langsam! Den Goldteller müssen wir natürlich klauen! Boltern? Hast du mich gehört? Achso, den müssen wir doch klauen! Ich dachte, den hätten wir schon irgendwie! Ne! Hm... Wollte gerade wieder gehen! Und Cardiff ist im... Ich kann ja alles ineinander bekommen! Erst lese ich dein Buch! 25, was ich hier gibt's dafür? 15, Erfahrung! Sehen wir gleich! Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den... Okay, offenbar gibt's da nichts Schlaues zu lesen! Dann gehen wir wieder weg! Ähm, da-da-da-da-da! Ja gut, dann gehen wir jetzt ins Haarbild, ne? Lass uns mal ihn den Goldteller mitnehmen! Aber wo ist der denn? Den sollten wir klauen, ne? Oder was? Ja, ja, ja! Da gehen wir dann im Feuer raub! Okay! Nicht, dass wir mich hier gleich wieder umhauen, ne? Was wolltest du da drin? Ja! Uh, uh, uh! Ich hab nichts getan... Ich hab nich- Ja! Warum schickt der nämlich jetzt sofort? Ich bin so... Ich will dich nie wieder da drin sehen, klar? Wir brauchen jede Münze. Ich war mit einem Fuß drin, was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Ist das schlimmer als in einer Diskothek? Ist das schlimmer als bei dir zu Hause, du? Ja, stimmt. Was machst du denn hier? Du musst sofort verprügeln. Wie gesagt, du sollst draußen schlafen in der Unnötte. Okay, pass auf. Also, lass uns mal einmal in unser Quest-Blog gucken, damit wir einmal up-to-date sind. Ich verlasse mich zwar hier gerne auf dem Chat, aber lass uns einmal schauen, welche Quest das denn war mit dem Goldteller. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ja, das ist perfekt formuliert, würde ich sagen. Die goldene Schale von Bromor. Bromor ist goldene Schale. Das hört sich an wie... Bromor? Zwei Bromor. Einen noch. Ah, ja. Ah, Lucia, die ist in der... Die ist doch im Hafen. Mit der haben wir doch was gehabt. Das ist ne Diebin? So was hätte ich mich doch nie eingelassen normalerweise. Können wir nicht einmal pennen? So als Idee von mir, ja? Ja, warum? Einmal pennen bis Mitternacht. Ja. Dann lustig mal reinschleichen. Mal gucken, was hier so drin liegt. Aber was ist denn da, wenn die Goldschale bei Lucia ist? Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Die Quest mit dem Goldteller steht nicht im Questlock, wurde mir grad gesagt. Okay. Okay. Aber wir können doch nicht schleichten und keine Schlösser knacken, ne? Das kann Sinn machen. Wir gehen jetzt zu Lucia. Das geht so nicht. Pass auf, dann machen wir jetzt was anderes. Dann geben wir jetzt, genau, Hafenviertel hast du gesagt, ne? Genau, Bromor's goldene Schale wurde geklaut. Lucia hat sie angeblich geklaut. Und auf Wunsch des Chats... Ja. Auch nochmal in die Kneipe wegen der Liebeskild. Erstmal, genau. Und Bromor's Schale gibt's erst im Addon, okay. Ja, den Addon haben wir installiert. Haben wir installiert. Ja. Alles gut. Ja, Gothic 4 gibt es nicht, genau. Das ist dann ja mehr so Risen, wenn man das so vergleichen möchte. Ja. Aber ist ja eigentlich was anderes. Aber wir wollen nicht, dass es regnet, ne? Ich brauche auch wieder irgendeine Hütte, wo ich mich pennen legen kann. Ohne, dass mir gleich einer hier... Stimmt, der Goldteller ist von Onas Frau. Ja, jetzt kommt wieder runter. Ach ja, klar. Das hat sie auch gesagt. Danke für den Hinweis. So, kurz gepennt. In der nächsten Pause muss die Regie mal runterkommen und mir die Maus einstellen, weil die ist ja unendlich langsam. Ich steuere gerade nur mit den Pfeiltasten. Echt? Ja. Die Maus kann das nicht? Mach mal. Alter, was? Ja. Und ich habe sie schon auf maximale Geschwindigkeit gestellt. Irgendwas stimmt nicht. Aber egal. Das ist mal wieder typisch. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ja, was kommen wir da? Wirklich? Ja. Komm, lass ihn sein. Also, wir gehen jetzt in die Taverne. Moe haben wir es schon gezeigt und wir schauen mal, was ist hier mit der Liebesgilde zu... Da ist doch Cardiff. Da ist Cardiff, da ist Nagur. Und... Oder wollen wir erst los hier? Nein, Cardiff. Alle freuen sich drauf. Los! Ja, jetzt Cardiff. Alles klar. Hey! Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Ähm... So. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Okay. Das ist billig, ne? Das ist doch kein Geheimnis mehr. So. Ähm... Einverstanden, oder was? Ja, müssen wir ja machen. Okay. Erster Buch. Einverstanden. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. So. Hat er spezielle Arbeit? Wirklich? Ja. So, ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Sagt denn so was? Dann soll ich mich denn noch alles kümmern? Ach... So. Wahrscheinlich ist das das Interessante hier, ne? Das ist ja interessant. Ich glaube... Alles andere ist ja... Ne, frag mal nach der Arbeit. Wo kann ich Arbeit finden? Ne. Mach mal! Das ist doch... Nein, das mit der Arbeit ist doch einfach nur, wirst du Schmied, Bogner, Alchemist und Ich hoffe, dass er dann nach spezieller Arbeit fragt. Was meinst du mit spezieller Arbeit? Oh yeah! Hä? Hä? Ich hab den Chat im Pedal! Okay. Wo kann ich Arbeit finden? Okay, wo kommt der der Nebel her? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Hä? Ja... Neue Maus in der Werbung dann. Dankeschön. Aber wenn du ne gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik rausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Okay. Okay. Das war die falsche Frage. Was weißt du über vermisst du? Gibt es hier auch spezielle Arbeit? Michael Reinke? Achso. What? Okay, krass. Ihr seid ja krass. Der Chat ist ja super krass. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was spezielles also? Hm. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Okay. Weißt du was über die vermissten Bürger? Wollen wir das auch noch machen? Schnell? Ja, ne? Weiter zu fest. Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier am Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Okay, die Info war echt super lame. Voll für den Arsch. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Koragon. Koragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das ein oder andere mit. Der Fischhändler Halvor, unten am Kai. Könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Ach, erzähl mir nicht so. Ja. Hast du noch was Spezielles für mich? Das ist das einzige, was mir noch irgendwie... Das kostet halt jedes Mal zehn Goldflüge, ne? Ey, das können wir noch mal kurz machen. Was du nicht sagst. Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talents bist. Das sind wir. Was hast du für mich? Nun, Zuriss. Der Trankhändler am Marktplatz beherbergt zur Zeit den Feuermagier Daron als Gast. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Und es wird noch viel schlimmer. Und angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Der erzähle ich gar nicht. Wir müssen ihn töten. Wir müssen ihn töten. Er weiß zu viel. Ja, oder bestehlen. Er weiß zu viel. Er hier. Achso, er. Cardiff weiß zu viel. Der hat bestimmt viele Freunde. So ein Kneipier. Ein Kneipier. Der Kneipier, der kann ja seine ganzen... Weißt du, alle, die hier an der Nadel hängen, auf uns hetzen. Ja, seine ganze... Unter anderem Nagur. Seine ganzen kunstige Messpolitik da vorne. Ich hab was. Alle da. So. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Das hab ich schon immer gesagt. Du suchst also einen speziellen Job, okay? Was du nicht sagst. Aber es läuft nach meinen Regeln. Verstanden? Was soll das heißen? Mein Mann sieht das an. Das heißt, du tust das, was ich sage. Und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Das hab ich schon immer gesagt. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ja, aber er ist der Boss, ne? Alles klar, du bist der Boss. Gut. Dann sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, einen Haufen Gold einzustreichen. Das ist mal wieder typisch. Okay. Na klar, ich bin drin. Unter dem Ding. Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Schlimm. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgestitten. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen. Und das wirst du sein. Ich hab's selbst erlebt. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Akil abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen und versucht bloß nicht den Kran selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Hm. Das hab ich schon immer gesagt. Hm. Boah, ey Leute, das ist wieder zu schwer für uns. Ach Quatsch, das gehen wir hin. Müssen wir nur stehlen lernen. Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Nur samtlich. Glaub ich nicht. Niemals. Wo ist Akils Hof? Verlasse die Stadt durch das östliche Tor, das direkt am Marktplatz ist. Wenn du dem Weg nach rechts folgst, kommst du bald an ein paar Stufen, die in den Stein gehauen sind. Geh dort hinauf und du kommst zu Akils Hof. Okay. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wann? Ja. Wann soll ich mit Baltram reden? Wann soll ich mit Baltram reden? Du kannst sofort losgehen. Er sollte inzwischen wissen, dass sein Bote nicht mehr auftauchen wird. Das ist für eine miese Ratte. Also heißt das wirklich, wir müssen nur von A nach B laufen? Mehr nicht. Wo finde ich Baltram? Er hat seinen Stand am Marktplatz. Genau, wir gehen zum Marktplatz und von da zu Akis Hof und dann sind wir cool. Alles klar. Kann losgehen. Dann wird die Rich Bitches. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Ah, diese miese Ratte ey. Ich will ihn töten. Aber das machen wir später. Ich weiß nicht warum jemand schreibt, nämlich der Johns89, dass Akis Hof zu hart ist. Aber ganz ehrlich, du sprichst hier mit Blockmeister Reinke und deinem Buddy Krogan. Krogmeier. Ich weiß noch nicht so genau. Was wir noch vergessen haben zu tun tatsächlich, ist die erste Quest, die wir heute gemacht haben, zu Ende zu bringen. Rengaru. Und zwar dem Typen am Marktplatz berichten. Exakt. Da müssen wir jetzt eh hin. Da müssen wir jetzt sowieso hin, genau. Also haben wir das gut gemacht. So. Alles klar. Ich will heute noch Zweihänder skillen. Wollen wir heute noch Zweihänder skillen oder wollen wir Schlösser knacken lernen? Vote ist hiermit eröffnet. Liebe Regie, wir haben ein neues Voting. Was wir heute noch machen wollen, nämlich entweder Zweihänder weiter skillen. Also Zweihand. Kurz zur Erklärung. Wir haben Zweihand nämlich schon 26. Wenn wir auf 30 kommen, dann können wir neue Moves schwingen. Auf die ich ziemlich geil bin. Auf die ich ziemlich geil bin. Das muss der Chat wissen. Krog Meier ist darauf ziemlich geil. Auf jeden, genau. Dass der Reinke mit seinen namenlosen Helden untenrum mal wieder ein paar neue Moves springen kann. Wie ein graziler Puma. Und andererseits laufen wir ständig an Kisten vorbei, können sie nicht öffnen und verpassen den geilsten Loot. Und das reizt mich auch sehr. Den geilen Loot. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Mal mitnehmen zu können. So. Deswegen eine Farce, in der wir uns befinden, wollen wir nicht selber lösen und selber tragen. Deswegen, lieber Chat, helft uns. Ist die Regie bereit für ein kleines Voting? Der kann auch so im Hintergrund laufen. Der kann so im Hintergrund laufen. Macht das nochmal klar. Also entweder Zweihand oder Schlösser knacken. Also Zweihand oder Schloss. Genau. Erstmal gehen wir jetzt zu Jora zurück und beichten ihm, dass wir ihm seine Kohle geklaut haben. Mal gucken, wie er reagiert. Ja, Jora. Hm. Okay, Arkes Hof. Haben wir jetzt deinen Spoiler bekommen? Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger. Hast du mein Gold? Der erzähle ich gar nichts mehr. Er ist mir entkommen. Und was ist mit meinem Gold? Ist es mit ihm entkommen? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hm. Das ist ja schrecklich. Sag mir deine Ware. Sag mir deine Ware. Ich muss weg. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Ich muss weiter, ne? Ach. Ich muss weiter. Ich hab keinen Bock mit dem zu talken. Hey, was ist mit meinem Gold? Wie talkst du zu mir, Jora? Das ist ja interessant. Er traut er sich nicht, ne? Guck mal, ich trampel noch so ein bisschen über dein Gemüse. Deine Würstchen sind scheiße. Lalalala. Kacke auf dem Tresen. Ha, ha, ha. Äh. Fällt dir irgendwas dazu ein, wenn ich sag, dumm wie Scheiße, Junge? Ja, superidiot. Das ist doch kein Geheimnis. Was hatten wir jetzt vor? Wir wollten jetzt zu Ackles Hof laufen, ne? Ja, jetzt müssen wir aber erstmal... Erst mit dem Hinterballtram sprechen, genau. Ich glaube, das wär der Dude hier. Ist ja fantastisch. Nee, das ist Zuriss. Äh, das ist ne Frau. Das ist Daron. Daron hat ein schönes Schlösschen. Das ist Jor, da waren wir grad schon. Das ist Zuriss. Ne, Harkon. Okay. Warte mal, Baltram. Ist das nicht der Typ, der uns sowieso nicht leiden kann? Nämlich der da? Nee, auch nicht. Bartok. Baltram. Alles klar. So, Herr Baltram. Hast du Interesse an einem Job? Klar. Worum geht's? Mein Boot ist nicht zurückgekehrt und ich warte auf eine Lieferung vom Bauer Akil. Und wie viel ist dir die Sache wert? Ich gebe dir 50 Goldstücke. Gut. Ich bin dabei. Okay. Sag Akil einfach, dass du von mir kommst. Er würde dann ein Paket geben. Das bringst du zu mir. Ab geht's! Ab geht das. Yes. So, finde ich Akilshof nochmal ganz kurz. Finde ich Akilshof. Geh einfach hier vorne durch das Osttor raus und folge dem Weg nach Südosten. Nach kurzer Zeit kommst du an eine Steintreppe. Die gehst du rauf und von da kannst du Akilshof schon sehen. Ich dachte, du erzählst mir was Neues, aber... Das darfst du keine Map geben. So. Dann können wir gleich mal unsere neue Map ausprobieren, die wir jetzt gekauft haben. Endlich können wir uns mal ein bisschen... Das heißt Karte? Stimmt. Karte. Karte. Von Kartografie. Ähm. Und zwar sieht die so aus. Bin ich mal sehr gespannt. Anni, das ist noch Korines. Ich hoffe, er packt jetzt die Landkarte aus. Dann musste man die nicht einmal öffnen, dann wird immer die letzte, die man geöffnet hatte, gezeigt. Ist das so? Du hast recht. Ey, ich meine... Oder es passiert automatisch, wenn ich da den Weg oben weitergehe. Ich weiß es nicht mehr. Ein bisschen Monkey Island an die Karte gerade. Ja, ne? Ja. Also wir rennen mal weiter südöstlich und Richtung Akizhof. Hier sind wir aber schon mal langgelaufen. Haben aber den Hof ignoriert. Der Ring des Wassers, hier schreibt gerade, der Epidemiologic, dass wir doch bitte unseren Ring des Wassers tragen mögen. Ich glaube, das haben wir die ganze Zeit permanent. Ja, den haben wir drauf. Wir sind ein permanent Ring-of-Water-Wearer. Ja, da ist er. Hoppala. Sehr gut. So. Schön hier, durch die schöne Natur wieder. Pilgern. So, jetzt mach mal die Karte auf, du. So, jetzt checken wir mal die Karte, genau. Jetzt bin ich gespannt. Ich sag dir, öffne mal die andere Karte, die ist dann einfach drin. Dann müssen wir dir echt alles auswählen. Das ist ein Qualitätsspiel. Hier geht alles nur von Hand. Ich mag das, ey, wirklich. Ich will das auch so. Tada. Perfekt. Und da sehen wir es auch schon. Ich finde auch gut, dass der Troll so schön eingezeichnet ist. Ja, ne? Der ist größer als das Kloster. Ja, oder die Pyramide oder was auch immer. Scheißegal. So groß ist er nicht. Ich war schon mal da. Ich war auch schon mal da. Ja. Er hat schon ganz guten Wumms. Auf jeden Fall. Wenn wir dann mal irgendwie 80 sind, wenn wir mal zum schwarzen Troll gehen. Jetzt wird geschrieben, man müsste nicht die ganze Zeit den Ring des Wassers tragen. Ja, wir können zwischendurch was anderes, aber wir haben ja gar nichts Geileres. Wir haben nichts Geileres und die Ehe zum Wasser ist uns heilig. Oh, oh, ein letzter Goblin, den wir nicht erlegt haben. Na komm schon. Der erste Kampf heute, meine Damen und Herren. Hau ihn um. Komm schon. Das ist spektakulär. Und da ist er wieder mit einem Critic-Hit. Und er hat ihn spektakulär gelegt. Oh Gott, ich will mich beruhigen. Das war fantastisch. So ein Goblin kann gar nichts mehr. Geh nach Hause zu deinen Brüdern, du Lulli. Du kleiner Lulli-Boy. Du grüner Lump. Du niederstes Gewenz. Geh zurück in deinen Heimathafen. So, tschüssi. Oh yeah. So, hier ist auch schon die erste Bauernhütte. Das ist Akilshof. Hier gibt es wiederum eine Menge Quests. Ich weiß zum Beispiel, dass man von den Knechten Quests kriegt. Wir haben langsam so viele Quests im Logbuch. Hey. Das ist unglaublich. Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Fällt dir eigentlich auf, dass auf den Feldern bei Gothic fast immer Albinos arbeiten? Woran liegt das? Das ist wahrscheinlich auch Gen-Mais. Die müssen doch braun sein. Die arbeiten noch die ganze Zeit im Freien. Was ist los mit denen? Einer ist das so eine Quälerei. Weißt du, die haben keine Pigmente, die die Sonne absorbieren können. Ja. Die verbrennen komplett. Okay. Das ist so Strafe. Weißt du, Feldarbeit ist doppelt so hart in Gothic. Okay. Alles klar. Macht keinen Sinn, aber ja. Hey. Alright. Okay. Wie läuft die Feldarbeit? Du Sack. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Hast du gehört, was ich gesagt habe, du weißer Arsch? Mit dir bin ich noch nicht fertig, noch lange nicht. Deine Eier werde ich mir noch vorknöpfen. Vielleicht. Wenn er sich noch scheiße verhält. Man weiß es nicht. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Das ist eine Quest, die könnten wir jetzt sofort angehen. Scheiße! Die werden uns aber den ganzen Tag aufhalten. Wollen wir das? Scheiße! Da ist nämlich wirklich so ein Nest von Viechern und die kann man alle einzeln anlocken. Liebe, liebe, liebe Regie. Einzelne Möbelkloppen. Regie, wie ist denn dieses Voting bislang? Wie ist denn das gerade? Ach so, das Voting. Ja, richtig. Gibt's das schon? Habt ihr das überhaupt gemacht? Ne, ne? Leider ist das Voting noch nicht beendet, sagt die Regie. Na ja, gut. Dann musst du das entscheiden. Das kann ich gleich entscheiden. Klauen oder hauen? Klauen oder hauen? Das ist hier die Frage. Aua! Klauen oder hauen? Beides tut so gut. Schönen Dank, du Arsch! Okay. Okay. Fragen wir nochmal eh nehmen, warum er nichts unternimmt. Das Geile ist nämlich, man kann ihn jetzt richtig aufwärtsen hier, Bruder. Ah, das ist gut. Ich stifte gerne Unfrieden. Guck mal, noch ein Albino. Wer bist du? Er ist aber weißer als der andere. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Akhil hier auf dem Hof. Wir müssen Nago gleich verpetzen. Ich wollte das vergessen. Mhm. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab das Feld. Geht's doch, Alter, ich bin ein Held. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich hab schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. So, dein Bruder hat das gleiche erzählt. Jetzt geht's ab dir. Der Bruder hat das gleiche erzählt. Wie Tracht. Was denn? Der Drückeberger? Der ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. So, und zurück zu deinem Bruder. Und jetzt ein bisschen Intrigen, Leute. Das ist ja heute die Hateshow. Intriganzchen vorm Herrn. Dein Bruder erzählt etwas ähnliches. Aha. Was denn genau? Das ja auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Sag ihm, er soll man nicht so aufschneiden. Okay, das richte ich doch direkt aus. Er sagte, sie sollte nicht so viel aufschneiden. Nein, du. Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Was? Er wagt es tatsächlich so was zu sagen? Ja. Yes! Er hasst dich. Er konnte dich noch nie leiden. Geh hin und sag ihm das. Ja! Wir werden was Geiles erzählen, damit er euch richtig schön mal die Fettwanne rausholt. Der, der am Ende stehen bleibt, den hauen wir dann in den Rücken. Alter. Und dann fragen wir ihn, ob er seinen Behindertenausweis auf dem Rummel gemacht hat. Aber die Erden der Weizen hier. Ach, schlecht. Ehnimm ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiß ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Ja, jetzt reicht es aber langsam mal. Hier, nicht nur Worte, auch mal hauen. Nicht nur Worte, auch mal ein bisschen. Du alter Saftarsch! Ehnimm, da hängt doch schon wieder ein Baum rum. Faszinierend! Mal ganz kurz für alle Nerds. Faszinierend! Dieser Baum war früher dreieckig quasi. Glatt dreieckig und nicht so schön. Dank Tessellation, dem DirectX-11-Feature, hat er hier so affige Knorpel. Das ist auch besser für die Insekten. Er muss sich darin viel besser verstecken. Auf jeden. Ich finde ihr beide solltet euch wieder entspannen. Hä? Der Drecksker gibt nicht nach. Habe ich recht? Ja! Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Nein, nein. Sag es ihm doch selbst. Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. Yes. Jetzt geht's ab. Yes! Leute, hol das Popcorn raus! Warte mal, warte mal. Ich werde erst speichern. Alter, was ist mit ihm los? Die Hölle hat ihn aufgehört. Guck mal. Was, was? Der ist abgesackt gerade. Hast du das nicht gesehen? Oh nein, er ist im Feld verschwunden. Ja. Nein, wieso? Wo ist er? Oh Leute, macht daraus bitte irgendwie einen Clip. Das ist ja wunderschön gewesen. Er ist einfach vom Boden verschwunden. Warte mal. Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Okay, offenbar haben sie sich doch geprügelt, ja. Der ist einfach... Der ist einfach verschwunden. Der ist einfach... Der ist von einem Gen-Mais, wo ja der Bruder das meiste Recht hatte. Ja, ja. Der hat ja dieses Mais angelegt als Zauberer. Auf diesem Gen-Mais haben sie auch die weiße Haut, ne? Gen-Mais. Gen-Mais Zauberer. Das fressen sie die ganze Zeit. Und da hat der Boden, der war ja gut bestellt von meinem Bruder, hat den einfach verschlungen. Oh Gott, jetzt haben wir nicht nur eine Schlägerei verursacht, sondern auch noch einen der Brüder getötet. Das ist natürlich dramatisch, ey. Weil... Die halten ja auch zusammen, ne? Das muss der Beweis sein. Beide hässlich für die Nacht. Ja, komm. Zwölf. Elf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Ah, zwei. Eins. Wir nehmen uns lang wieder. Sag du auch was. Äh, Werbung.